Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Session Gebiet 4 Und ich hab mal überlegt, wenn ich die, ich glaub, wenn ich die eine Weile kämpfen lasse hier Dann werden die nach einer Weile einfach das Gesamte vorauseinander nehmen, hab ich so das Gefühl, weil Ich hab bis jetzt nichts getan, ich hatte so ungefähr zwei Minuten die Roma, um das auszutauschen Und ja, meine Leute sterben einfach nicht und die Gegner sind immer weniger gehoben Warum nicht? Da die da, ach ja, was geht es über ein wenig Vorarbeit, Vorarbeit, aber das ist das Wort So 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 Und der auch noch hier kommt drauf, immer schön Trufe auf die Jugend Ja, guck, wenn du dich angreifst, kann ich halt an, ne? Chance verspielt, mein Freund Aua So, na, Schluss, hier So 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 Lala Oh, gut, dann wenn wir hier weiter kämpfen, dann gehe ich noch nach oben So Sollte er doch vielleicht mal den Typen hier ausschalten So Niemann legt sich unser Leutnant Okay, guck, wir haben wir noch Offizier tot Ebenfalls tot Ebenfalls tot Ich lass es probieren, Moment Wow Das wollte ich gerade in die Hand nehmen Na gut, okay Wo ist der Vorraum? Moment Ah, der ist hier oben wahrscheinlich Niemann nicht So 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 seit wann reagieren die mich angreifen es gibt es ja gar nicht okay ich suche den vorraum er muss irgendwo da sein nicht blöde er muss doch ich kann So, Flagge runter und die Festung gehört uns, Baby! Auch wenn da nicht mehr die Festung ist, aber es gehört uns. Juhu, und wieder einen Bezug freigeräumt. Was ja noch alles zu tun, das guck ich das mal an, Alter. Ah, okay, uns gehört jetzt die Hälfte des See. Alles klar. Ich sehe zwei legendäre Schiffe, die anderen finden sich wahrscheinlich hier in den Ecken. Und wir müssen noch fünf Bezirke freiräumen. Das gefällt mir ganz gut, weil wir werden auf jeden Fall noch an... Nee, wir haben noch nicht. Grading Guana, Schnellreise, wo sind wir gerade? Wo sind wir? Hier, wir sind hier. Okay, gut. Dann legen wir mal weiter los. Was haben wir hier? Mission starten. Auftrag annehmen. Belohnung 1200 Reals, Schwierigkeit 2 von 5. Seid gegrüßt, Freibäder. Mich erreichte die Nachricht, dass eine höchst illegale Fracht gerade den Ozean überquert. Finde diese Frache und ich sorge dafür, dass ihr sicher abseitigt wird. Unterzeichnet. Unterzeichnet. Hallo, unterzeichnet. Hä? Blöde? Roll runter. Na gut, unterzeichnet. Natürlich nehmen wir das an, es ist relativ egal, was das für eine Fracht ist. Wir sind Pirat, wir wollen nur ordentlich draufhauen. Müsst ihr verschwinden, Freund? Nee, nee, du, ich will nicht verschwinden. Ich will die Sterne behalten. Es ist Absicht. Ich habe 1500... 1000... Immer einmal hier sind wir, dann holen wir gleich alles, weil es so ein Schatz ist, wenn wir nochmal zurückkehren müssen hier. So, Momentum. Wir haben Impulse, wir haben eine Truhe. So. Der Schwachste wäre wegen den drei Dingen nochmal hierher zurückkehren. Da können wir uns auch gleich holen. Ich habe das Tor wohl offen. Egal. Bisschen Glendern schadet nicht. Ja, das Tor wohl offen. Da ist auch schon der erste Gegenstand, den wir uns holen können. Flüps! So, der zweite... Ist da hinten, alles klar? So. Was ist da drinnen? Das ist Gefangene oder Tote? Ja, für Gefangene. Der Tor gesperrt man noch nicht ein. So. Du? Und die Truhe ist wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Ach, genau, da steht es. 166. Und damit haben wir alles auf der Entse erledigt. Oder? Moment, kurz gucken. Oh. Ja, okay. Da draußen fährt gerade ein feindliches Schiff vorbei. Oh, das war vielleicht ein bisschen... Okay, gut, das hat gereicht. So. Wir scheuen keine Mühe und begeben uns zurück zum Schiff. Was die Kanone da nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Wenn du mit so einer Luft da dranspringst, die müsste doch trotzdem vorne überkippen, auch wenn sie so ein Gewicht hat. Spoilerrad! Andere sind... Oh, davon kommt man auch gleich die Schiffe, die uns hier... Entgegen... Haha, okay, unsere... Das ist echt total geil. Du kannst ja echt hier neben stehen bleiben. Und währenddessen schließt deine Feste... Alter, krass. Wir haben es nicht nötig. Wir sind schon gut genug mittlerweile. Wo bin ich auch die dabei gehabt? Ich wollte den Stoff nur schaden. Äh, im Moment, die wir brauchen. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Wir brauchen unsere Mission. Hallo, ich kann nicht weiter rauskrollen. Warum das nicht? Äh? Ich kann nicht weiter rauskrollen. Und die Mission ist weg. Also ist die Mission weg. Habe ich eventuell einen Mörser-Granaten dazu bekommen. Ist zwar nur so ne Vermutung, aber... Kann ja durchaus sein. Dann halt nicht, dann ramme halt so... So noch einen Krubelkrieg gerettet auf dem Weg dahin. Feuer! So, Hallöchen. Einmal rumdrehen den Kahn. Der will uns rammen. So, da mach ich mit. Komm her. Ups, der rampt jetzt weh. Lass dir die Eisen schmecken. So. Okay, Leute, pöken muss man. Ja, das mache ich gerade. Hallo? Würdest du mal wieder umgehen? Ja, genau. Döde oder so? Hallo. Manchmal ist es. So, komm her. Oh, da haben wir einen. Oh, da haben wir noch größere Garten irgendwo. Ja, da hinten. Da haben wir viel gebracht. Das war. Nix was. Ist das genau, ne? Ich kann gucken. So, werden wir von den Kahn regiert immer ganz kurz. Haben sie gewusst. Ohhhh. Halt den so weit. Komm her, anträus. Störbe, stirbe, 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 stirbe! die muskeln strengen die ihre arme nicht noch die chance gehabt hätten noch zu Ende zu schlagen so na na ihr lieben zeigt euch mal her Incanways Flutter aufnehmen ja ja hast du da hinten Alter Mörsergeschoss hat die dabei die Hormons aber ich frage mich immer noch warum die Mission nicht mehr angezeigt wird die war doch hier oder bin ich blöde ja du klopfst dich mit dem da und raffst währenddessen gar nicht dass hier was auf dich zukommt und 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 Feier! Baaaaaam! Feier! Feier! Bereit zu schieben? Feuer! Alle Segel einholen! Sind bereit, Sir! Feier! 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 Das war's auch schon. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen aufgeladen und so runter. Ich geh'n am Tor zur Hölle! Segel setzen, Bewegung! Soooo... Unten haben wir alles erledigt. Ja, das müssen wir natürlich gucken. Erreichen? Hä, was soll ich denn erreichen? Bringt die Hauptsegel in den Wind! Warum soll ich denn diese Wucht erreichen? Alle Segel setzen, die Jungs! Was soll denn das für ein Zielort sein? Was bist du? Du bist du Brick! Weil die Hohenorten kommen, nehmen wir aber noch kurz mit, während wir da hinfahren. Wieso soll ich diesen Ort erreichen? Das ist für mich so unverständlich. Äh... Ach, jetzt haben wir die Mörsergeschosse natürlich nicht bekommen. Ach, Mist! Oder? Wahrscheinlich nicht. Eins haben wir bekommen. Okay, ja, das war... Ich frage mich, wieso ich in Hafen das nochmal einlaufen soll. Ich war einfach gerade da. Oder hatte ich da noch eine Quest oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Uh, das war ein bisschen... Verfolger. Ah, Moment, du kommst einfach noch kurz her. Obwohl, das kann ich eigentlich auch... Einholen! Einholen! Fergen! Alle Segel bergen, Männer! Komm her! Öffnet die Hauptsegel! Gebt den Wind ab! Wir reiten die Wind! Käpt'n hat das Ruder! Uh! Wieder wir sitzen! Wubbeltoys! Hallöchen! Feuer! 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 Hat'n Kräffe eingestellt! Ich krieg meine Festung nochmal los. Wir sind bereit, Sir! Ha 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 ha! Sooo... Feuer! 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 Hal Downtown! ic- Feuer! 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 Wheat! ингit! Willst du die Wachen loswerden, mein Freund? Ne, ne, ich hab hier den Händler. So, bitteschön, Beut übergeben. Seide auf dem Wasser. Ja, okay, ja, ja, fortsetzen. Bam, alles erledigt auf die Barra. Das scheint, als könntest du Hilfe bei... So, rufen wir uns. Tja, und dann bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, denn hier ist Assema wieder. Ende im Gelände für heute. Adios.